Leute, ich bin Cidaplein, let's play, neben mir sitzt Deine Mutter Ne Leute, ich bin Cidaplein, ich bin auch bei den Kanälen, abonniert mich, oder ihr seid Scheiße Ja, der ist jetzt auch mal dabei Ja, ich bin gut Abonniert mich, der Ich brauch Freunde und Abos Hey, das ist dein 20 Abonnentenspecial, du musst was sagen, Digga Wir haben jetzt anscheinend die 20 Abonnenten geknackt Wir sind jetzt schon, ich, alles was ich haben wollte Ja, das war es auch schon, nein Spaß Ja, ist, ist, ist ziemlich schön, die endlich geknackt zu haben Ja Es gibt ja gleichauf, Jungs Nach der gefühlten 46 Videos Halt dein Maul Zwei Ja, ist echt so ein verkrasstes Scheiße, Digga Und die fünf, die auf Privat gestellt wurden Ja, gut Ey Jetzt kommt eine richtig krasse Story Ihr kriegt ein Video zu sehen bei 50 Likes Ja, wahrscheinlich Ich sag 20, Alter Nein, 50 Ich mach 50 Was für ein Video, was für ein Video kommt dann? Das weinig, dass du mir runtergeladen hast Oh mein Gott, Leute Leute, das lohnt sich Ich hab ein altes Video von ihm hochgeladen Er runtergeladen, bevor er es löscht Auf einem anderen Kanal Das ist so peinlich Also, wir machen ja schon seit gefühlt fünf Jahren YouTube Viele verschiedene Kanäle, keine Ahnung Hey, ich mach recht, seitdem ich 12 YouTube bin Und ich fucks jetzt Und, und Ihr müsst mal bedenken, Leute Digga, wir haben peinliche Videos hochgeladen Noch ein Video hab ich noch von Ihnen gefunden Das ist echt Die Leute, der hat ungefähr so die Stimme Kann mich nicht dran erinnern, tut mir leid Ich hab ich Eifrig Eifrige Eisklinge, Alter Dafür hab ich letztens noch gesehen, dass das einer der besten Ruffen ist Die man am Anfang haben kann Hast du gefunden, oder was? Heftig? Ja, gerade eben Ja, schon peinlich Ja, das ist, glaub ich, schon ein gutes Oben, Alter Lass dafür auf jeden Fall schon mal ein Like da Ja, also Leute 50 Likes Und dieses ultrapeinliche Video kommt online, Leute Guck Hä, lol Das kann so schießen, Alter Das ist ja richtig nice, Digga Das ist echt schön Und, Leute, auf jeden Fall Auf meinem Kanal ToFly Ist heute auch ein Neues Video erschienen Schaut auch da vorbei Checkt das mal ab, Leute Ein bisschen Real Talk am PC Ich bearbeite den YouTube-Kanal und so Sehr informativ Ja, Leute, ist schon ziemlich krass Ja, das wie mit Mr. Trashback, ne? Ja, Digga Das ist richtig trash, Digga Mr. Trashback Bald kommt auch ein neues Video mit Adi zusammen Also, like to man auch dafür Und das ist dann auch der echte Adi Nicht so wie er Also, hier ist Sarazan Eigentlich war nur ich das Er hat mich in dem Video einfach nur Sarazan genannt Weil der Typ richtig beginnt Falls ihr wissen wollt, was da passiert ist Schaut euch die vorherige Folge an Ne, tut das Wir sind like geil Und klick geil Nein Ah, ne, stimmt Nur ich bin klick geil Ja Deshalb sagte ich auch gerade Adi Und Tadl Vielleicht mache ich auch einen Track mit Dead Adam Oder schreibt es auf jeden Fall im Titel Obwohl sich das richtig scheiße anhört Du wurdest ja letztens angefragt Ob sie einen mit dir machen dürfen, ne? Hey, ja, Digga Aber du hast gesagt, ne Möchtest du mit so no-names? Ihr müsst euch vorstellen Tadl schreibt mich so an Ey, hey, hi Luca Ey Homie Ich bin Tadl Vielleicht kennst du mich Es ist ja, jede Mistgeburt kennt dich, ne? Ist bei Mistgeburt halt üblich So wie dich Digga, der Typ hat mich echt gefragt Ob ich einen Track mit Dead Adam zusammen mache Er meint so Da hast du logisch reagiert, ne? Wie jemand, der so famous wie ich Ähm, wollen sie unbedingt drin haben Weil die meinen, dass es so richtig krasser push Weißt du? Okay, ich war tatsächlich nicht so wie ein Türker Also Hey, du bist doch Türke, oder? Also Leute, ihr müsst euch vorstellen Die haben mich angeschrieben und so Ich hab echt voll krass reagiert Hab das angezeigt, Digga Die sind Mistgeburt will mit mir aufnehmen und sowas, ne? Aber ne Ich mach keine Videos mit solchen Leuten Mit No Names Ja, ich mein Ich möchte schon mit Profis wie PewDiePie zu tun haben Aber nicht mit so Wichsern Die nur 380 abonnieren Alter, ich krieg aufs Moll 380.000 abonnieren Leute, ich muss, ich muss hoch Oh Hey, du behältst doch dein Inventar, oder ne? Ja klar, aber trotzdem ist doch kacke Man stirbt, man verliert seine Münzen Äh, okay Ey, hast du überhaupt auf die Zeit geachtet? Ja, hab ich Plus minus Plus minus 30 Minuten? Ja, hab ich Goldbarren im Inventar ist voll Ah, alles klar Ja, auf jeden Fall Wo ist meine Kiste? Keine Ahnung, wo deine Kiste ist Guck mal in deiner Hose Ah Naja, ich glaub Für die, die unter 13 sind Sollten sie diesen Nicht verstanden haben Ich glaub ich Würde ich auf jeden Fall hoffen Also Leute Ähm Ich Jetzt kommt die Danksagung An Für die 20 Monenten Ich möchte erstmal mir selber danken Dafür, dass die Idee Für den Kanal von mir stammt Ja, muss ich auch sagen Probs an ich an dieser Stelle Ohne dich hätte ich jetzt Ich bin scheiße Der Name ist auch so Auch der Name kam von mir Die Dafür würde ich jetzt nicht unterschreiben Dann Hä? Das war mein Idee Nee Scheißnam Nein War meine Das war schon immer meine Idee Oh ja, stimmt Für den anderen Kanal War das so Ja Ja Check den auf jeden Fall nicht Ob der andere Kanal Scheiße von ihm Ja Der andere Kanal ist auch gut Aber nicht so geil Ja, also Der scheiße bei den Abonnenten hier Müsst ihr euch vorstellen Der hat drei Monate drauf YouTube gemacht Und hat 18 Abonnenten Ja Ja Und ja, jetzt Hinten das Video ist schon krass, Mann Mhm Ich bin real am durchstarten hier Ja, nicht so wie mein anderer Kanal Gefühlt die 17.500 Abonnenten Ja, schaut auf jeden Fall auch schon Auch mal vorbei Lohnt sich Da gibt es immer nette Let's Plays Ey, ich glaube morgen kommt ein neues Nova Video Auf dem Kanal hoch Oder? Das würde ich mir jetzt nicht angucken Was denn, ey Ey, ich muss mal gucken Ob ich das morgen Und die Übermorgen hochladen muss Aber ich würde Warum spielst du kein online? Warum spielst du eine Story? Weil das die Pre-Edition ist Ah Kann man dann Da kann man auch online spielen Kann sein Vor fünf Tagen Ja, morgen kommt das Tatsächlich Oh, das ist enttäuschend 229 Aufrufen In fünf Tagen Das Video Mach ich ja mehr In zwölf Jahren Ja, ist schon irgendwie enttäuschend Weißt du, was echt enttäuschend ist? Eins der schlechtesten Videos Die ich jemals in mir gemacht habe Das geht zehn Sekunden Da ist einfach nur ein Bild eingeblendet Und eine Schrift Abonniert ihn Ist unter den 20 meiner Videos Mit 490 Aufrufen Das ist echt traurig Schaut es euch trotzdem an, Leute Ja, ist echt so Muss ja schon einen Grund haben Ja, immerhin Support ich damit Einen guten Kumpel von mir Also So, ja Wen? Adrian? Ja Ja, guckt doch nicht vorbei Ist nur scheiße Der hat durch das Video, glaube ich Fast über 20 Über 20 Minuten gemacht Aber am nächsten Tag Dann wieder 5D Abus Das ist schon traurig Also lohnt sich nicht Da gibt es nichts Informatives zu sehen Aber er hat sich dann wieder Drei wieder Plus gemacht Und Leute Wo wir das aufnehmen Ist Gerade die Die neue Generation von Pokémon Go raus Und Ficken Ficken Ja Das war's dann auch mit der Folge Nochmal danke Die 20 Abonnenten Richtig krasses Support Von euch allen Und ich würde sagen Wir schließen damit ab Indem wir diesen Hasen töten Okay dann Tschüss Leute Ich würde mich